Jetzt möchte ich das erste Orchester vorstellen. Der Name des Leiters, des Gründers dieses Orchester ist ein ganz schillernder Name, seit vielen, vielen Jahren in der Tango-Szene bekannt. Er hat den Elektro-Tango zwar nicht begründet, aber maßgeblich beeinflusst und weitentwickelt und es ist eine ganz große Freude, ihn heute zum ersten Mal hier begrüßen zu dürfen. Carlos Librinsky und Narko Tango. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.